Wir sind die erste deutsche Stuben-Jazz-Kombo. Wir sind hier beim Kreolfestival, weil wir deutsches Liedgut kombinieren mit Jazz-Elementen, mit Elementen der brasilianischen Musik, mit Avantgarde-Elementen, mit Klassik und allen möglichen anderen Stilen. Wir fanden die Melodien dieser alten deutschen Lieder ganz spannend und da kamen uns dann ganz viele Ideen, wie wir die ein bisschen umkrempeln und ein bisschen verjüngen können. Das Jazzige an unserer Band ist sicher, dass wir einen großen Teil auch improvisieren. Es ist also ein Teil arrangiert und ein Teil improvisiert. Das ist der Jazz-Anteil. Also das, was wir machen, würde ich sogar als neuen Musikstil bezeichnen. Also wir sind natürlich das Original. So wie wir spielen, spielt momentan niemand. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020